Jugend innovativ ist Österreichs smartester Schulwettbewerb in den Kategorien Science, Engineering, Design, Entrepreneurship und Sustainability. Zwei Schüler der höheren Technischen Lehranstalt Lastenstraße in Klagenfurt entwickelten ein einzigartiges 3D-Druckerkonzept, das bei 300 Grad Hitze alte PET-Flaschen in neue 3D-Objekte verwandelt. Das Ziel unseres Projektes ist das, alten, nutzlosen Kunststoffflaschen ein neues Leben zu schenken. Dadurch soll einerseits die Umwelt geschützt und gereinigt werden, jedoch ermöglicht unser einzigartiges Konzept, Standard 3D-Filament von einem Preis von 30 Euro pro Kilogramm auf bis zu 75 Cent pro Kilogramm zu reduzieren. Dies ermöglicht es uns Jugendlichen, unsere großartigen Ideen einfach und kostengünstig in Realität zu verwandeln.